wunderbar hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen video in diesem video möchte ich ein weniger in die energiewelt mit dir gemeinsam hineingehen vom prinzip her wird das so aussehen dass ich einfach ein wenig positive energie durch diesen video stream sozusagen auch durchschicke das funktioniert tatsächlich reiki arbeitet ja tatsächlich unabhängig von zeit und raum das heißt es transzendiert zeit und raum ein wenig deshalb ist es überhaupt kein problem dass ich eben von meiner position wo ich heute sitze dir energie dahin schicke zu der position wo du von deiner warte aus heute sitz so das ist eine wunderbare und eine herrliche geschichte vielleicht merkt der ein oder andere schon wie ein wenig positive energie sozusagen durchkommt denn ich habe die energetische verbindung soll ich bereits im vorfeld instanziert so ich habe hier eine energiekugel vor mir mit der ich jetzt einfach arbeiten werde und wir werden einfach so uns auf diese positiven aspekte eben fokussieren die frage ist regeneration was machen wir das erste was wir denke ich alle brauchen können ist ich werde mal eine lichtsäule um unsere gruppenenergie herum aufbauen lichtsäule ist instanziert wunderbar jetzt merkt schon der ein oder andere wie sich energetisch prät es ein bisschen was um ihn droht ich werde jetzt die lichtsäule die ein ort der heilung und regeneration ist für uns zusätzlich verstärken indem ich einfach eine frequenz anhebung durchführe warte kurz ja man merkt schon wie sich die energie auf der lichtsäule tatsächlich anhebt wie sich ein wenig mehr tut man hat vielleicht das gefühl dass so ein leichtes prickel um ihn herum ist das ist ganz gut ja denn du lädst dich gleichzeitig mit positiver energie auf lässt aber auch alter verbrauch der energie abbauen wir können auf jeden fall eine erdungsverwässerung durchführen denn erdung hat immer auch ein wenig mit entspannung zu tun also wenn du in dir sozusagen vielen energetischen strudel hast sozusagen richtige so viele energetische prozesse dann ist eine verbesserte erde gut wenn verbrauchte energie und überschüssige energie gleichzeitig abfließen kann durch zusätzlich mehr energie der ruhe von der erde auch anziehst warte kurz so die erdungsverbesserung wurde instanziert das bedeutet also der ein oder andere vielleicht eine art helles gefühl so ein bisschen auf seinen fußsäulen das ist auch ganz gut wenn du mit der erdung arbeitest dann habe ich einen weiteren wertvollen tip für dich denn du kannst wenn du wenn die energetischen prozesse in deinem körper einigermaßen bewusst sind tatsächlich nicht nur über die fußsäulen oder auch das den erststern sozusagen eben artig erden ja auch das wurzelschakra natürlich ja sondern du kannst eigentlich überschüssige energie über jede energiebahn die du einfach hast eben abbauen ganz grundlegend schaut es so aus unser energiekörper lässt sich tatsächlich imaginieren wie eine art von lichtkugel die mit energiebahnen mit dem großen ganzen verbunden ist und über diese energiebahnen die haben zwar eine sehr einfache funktion wir ziehen energie an aber wir können gleichzeitig auch überschüssige energie durch jede dieser energiebahnen abfließen lassen das ist was was heute eben sehr sehr oft übersehen wird also oft ist dann jetzt auch die rede wenn das jetzt langsam wieder ins bewusstsein kommt ja von den sogenannten luftwurzeln ja also du bist mit energiebahnen und wurzeln umgeben die dich mit allen dingen in der äußeren wirklichkeit verbinden über die du energie aufnehmen kannst aber über die du auch gleichzeitig energie wieder abfließen lassen kannst so und dann schicke ich dir einfach für heute noch ein bisschen positive regenerationsenergie durch den stream du darfst dich einfach zurücklehnen du darfst dich entspannen und es dir dabei gut gehen lassen und sonst ist keine weitere aktivität erforderlich du kannst dieses video auch im hintergrund laufen lassen ein paar minuten und einfach ja diese positive energie genießen vielleicht tust du auch ein wenig musik hinein ist auch immer eine gute und eine einfache möglichkeit wieder zusätzlich einfach halt auch die energie diese energetischen sessions mit mir einfach zusätzlich sozusagen entspannend und noch entspannender dass du dir eh schon Sinn gestalten kannst bis zum moment positiven energie kannt und du darfst dich zurücklehnen du darfst dich entspannen und die energie tief in dir wirken lassen du atmest ein und atmest aus jedem einatmen lädst du dich zusätzlich mit positiver energie aus dem universum auf und hältst die energie ein wenig und beim ausatmen lässt du alles los was deiner positiven energieaufnahme entgegen steht das kannst du einfach diese einfache übungen ja so oft wiederholen wie sich es für dich gut und angenehm anfühlt bitte gib darauf acht dass du dich nicht überforderst sondern dass du die luft auch einfach genau so lange anhältst wie es für dich angenehm ist und auch nicht wesentlich länger dann kannst du nicht viel falsch machen das ist ganz wichtig also das sind so die grundlagen der energiearbeit das kann wirklich jeder mensch ganz einfach ohne probleme lernen und durchführen oft braucht man einfach so ein bisschen ein hinweis von jemandem der das schon länger macht und so geht es dann schon ganz gut dahin so wunderbar werde ich diese energetische sitzung hier sozusagen noch ein wenig intensivieren noch eine kleine imagination und die energie die wir hier haben noch die nächsten 20 minuten für uns wirken lassen gut wunderbar das war's dann schon mit dieser kurzen energetischen sitzung ich danke dir für deine aufmerksamkeit ich hoffe ich konnte dich ein wenig in deiner heutigen regeneration unterstützen wenn du Lust hast das alles zu intensivieren dann schauen wir unbedingt einen blick in die kommentarspalten oder die videobeschreibung je nachdem wo du das video ansiehst du findest dort den link tatsächlich zu einem energetischen fitnessstudio das ich momentan für dich aufbaue wo ich tägliche energiearbeiten die dann allerdings 20 bis 25 minuten dauern und tägliche meditationen die auch dazu ausgelegt sind um mit 20 minuten herumzudauern das werde ich mit dir durchgehen wir steigen aber nicht gleich 20 minuten in die meditation ein sondern es ist nämlich so wenn du lange nicht meditiert hast oder noch gar nicht meditiert hast dann sind 20 minuten eine sehr sehr lange zeitspanne du glaubst dann du denkst dann wenn du die mediation beginnst und gott was will ich denn das schaffen jetzt am starten am anfang in diesem trainingsprogramm das ich dir anbiete da hat sich mit meditationen die kürzer dauern so 5 bis 7 minuten dann 10 bis 11 minuten dann 10 bis 12 minuten dann 10 bis 15 minuten und dann 20 minuten und das alles ist ein bisschen ein lernprozess ein trainingsprozess wie gesagt sowohl des energiekörpers als auch des physischen körpers denn meditation ist ja auch eine körperliche geschichte so also wenn du da lust drauf hast dann klick unbedingt auf den link in der video beschreibung beziehungsweise in den kommentarspalten unten her und schau dir einfach dieses angebot an das ich gegenwärtig für dich aufbauen ich freue mich wenn wir uns wiedersehen du bist immer willkommen auf den seiten der hohen feste dynamistischen academy alles liebe und schau dabei hin patriarch Mythos bis 24 Vielen Dank.